halli hallo liebe zuschauer und herzlich willkommen bei einem weiteren film auf meinem youtube kanal und ein ganz aktueller anlass hat mich dazu bewogen mal ein quicktipp film zu machen da soll also wirklich sehr schnell gehen und zwar geht es um einen auftrag für einen kunden wo es um lebensmittel geht für die fotografiere ich immer lebensmittel und dieser kunde braucht halt für die weiterverarbeitung dieser dateien ein bestimmtes fahrprofil und dieses fahrprofil hatte ich auf meinem vorgänger rechner irgendwann mal installiert und habe es da immer parat gehabt und in photoshop konnte ich das dann natürlich auch entsprechend auswählen jetzt habe ich einen neuen computer und ich musste dieses fahrprofil installieren und da kam ich doch auf die idee macht doch dazu mal einen film denn das ist nicht selbsterklärend wo bekomme ich so ein fahrprofil und zwar gibt es ja von photoshop die installierten fahrprofile die wir uns aussuchen können und dann können wir uns aber auch fahrprofile im internet runterladen zum beispiel das was ich brauchte das iso code v2 fahrprofil und ich zeige euch jetzt wo bekomme ich so ein fahrprofil her wo lade ich mir das runter und dann zeige ich euch auch wie man das in photoshop auswählen kann das heißt man muss es sozusagen installieren kann man nicht sagen ich zeige euch das gleich ja windows macht das anders als apple und ich zeige euch jetzt beide alternativen also ich würde mal sagen wir legen los soll ja ein quicktipp werden daumen nach oben wenn euch der film gefallen hat und ein abo hinterlassen los geht's bis gleich so liebe zuschauer ich habe hier schon mal in bridge die entsprechenden bilder geöffnet das ist nur ein kleiner auszug von diesem auftrag hier und zwar geht es um folgendes es wird gezeigt hier für den kunden wie dieses gericht in der verpackung verpackt ist und wie man es dann öffnet indem man einfach an so eine lasche zieht und dann fällt das essen praktisch unten raus ganz so sieht seine wirklichkeit nachher nicht aus das fällt natürlich grundsätzlich erstmal auf den teller und man kann es dann natürlich dann so herrichten das habe ich natürlich jetzt für jedes gericht so gemacht das war im grunde genommen der auftrag übrigens sehr lecker die ganze geschichte ich durfte dann dieses essen nachher auch essen und ja jetzt geht es aber um folgendes nicht darum wie man sowas kocht oder so sondern wie könnt ihr euch jetzt dieses farbprofil was der kunde dann braucht zum beispiel das könnt ihr auch für euch mal nützlich sein ja nicht nur für mich jetzt hier wir sehen schon hier dass ich hier dieses farbprofil habe iso coded v2 ich habe es bei photoshop oder in photoshop noch mal gelöscht beziehungsweise nicht in photoshop sondern in meinem color sync ordner habe ich raus gelöscht und damit ich jetzt mit euch die ganze sache nochmal durch gehe so und hier sehen wir ja habe ich ein srgw bild und das werden wir jetzt gleich mal umwandeln in ein iso code v2 das ganze ist halt für den druck jetzt gedacht das soll gedruckt werden auf flyern und ja dann gibt es halt verschiedene firmen also druck firmen die halt dann ein bestimmtes farbprofil brauchen ja und wenn man das natürlich nicht als privat anwender macht sondern tatsächlich als kunde als großkunde dann werden diese daten ganz gerne schon vorher so übermittelt damit jetzt nicht der druckdienstleister das alles noch umändern muss natürlich kann das auch der druckdienstleister selber machen die ganze geschichte okay aber ich möchte das gerne schon komplett fertig so liefern und dementsprechend brauche ich jetzt dieses farbprofil jetzt habe ich habe ich gerade schon angekündigt hatte neuen computer und darf ich das farbprofil schlichtweg noch nicht installiert also muss ich das jetzt runterladen so ihr werdet dieses bild jetzt mal jetzt in photoshop öffnen erfahre auf diesem kanal noch mehr über die grundlagen und geheimnisse der fotografie und die anschließende bildbearbeitung in adobe photoshop und vieles mehr abonniere diesen kanal um keinen film mehr zu verpassen ich freue mich auf euch und dann schauen wir mal wenn ich jetzt dieses bild ja nun meinen srgb jetzt vorliegen habe möchte ich das jetzt gerne in ein paar profil umwandeln mich in diese diese in dieses iso code v2 und wenn wir jetzt mal unter bearbeiten reingehen in profil umwandeln das müssten wir ja jetzt machen er in profil umwandeln und dann habe ich ja hier meinen quell farbraum srgb angezeigt bekommen so wie es jetzt aktuell ist und ich hier so jetzt mein ziel farbraum aus und da werde ich dieses iso code v2 eci nicht finden ja das steht jetzt hier nicht drin kann ich jetzt lange suchen weil ich habe es aus dem color sync ordner wieder raus gelöscht so und deswegen möchte ich euch jetzt mal zeigen wie bekommt ihr es jetzt hin dass er dieses farbprofil jetzt hier finden können dafür müsste es natürlich erst mal auf ein computer haben ich breche das ganze jetzt erstmal ab und ich werde photoshop beenden denn photoshop ganz wichtig muss zu sein wenn wir denn oder beziehungsweise kann natürlich jetzt erstmal auf sein wenn wir es runterladen installieren ist gar kein thema bevor es aber erkannt wird in photoshop muss es sowieso geschlossen werden also von daher mache ich das einfach jetzt schon mal so und das ganze blende ich jetzt hier mal aus und dann werde ich jetzt mal hier diese seite öffnen und zwar ist das ja ich gibt es jetzt mal hier ein damit ihr das direkt mal ablesen könnt www.eci.org so dass er wieder weg eci.org und wenn ihr dann hier das öffnet bekommt ihr diese seite hier hier steht nicht sicher ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen warum das jetzt hier so der fall ist auf so einer seite sollte es eigentlich ein zertifizierte seite sein dass das die seite sicher ist irgendwie wird mir hier die seite als nicht sicher angezeigt ich kann euch aber sagen die seite ist sicher dass eine ganz offizielle seite von eci hier ja hier steht es auch eci und das ist eben der anbieter von diesen fahrprofilen und das ist eine ganz öffentliche seite wenn wir jetzt jemand auf download gehen hier das brauchen wir alles gar nicht wir müssen das hier alles gar nicht wissen wir brauchen nur hier links in diesem menü auf downloads klicken und dann mal relativ weit runter scrollen und dann werden wir irgendwann das hier finden moment da sind wir noch nicht richtig und dann kommen wir hier hin icc profile der eci so und hier finden wir das schon da ist es direkt das erste nicht umsonst ist das ganz oben weil es hat sich ein sehr oft benutztes fahrprofil iso coded v2 in klammern eci und das brauche ich und dann sehen wir jetzt hier steht ja auch das paket eci offset 2009 enthält die icc profile die jetzt hier stehen also gehe ich hier unten auf das eci offset 2009 zip steht ja hier auch also das brauche ich jetzt nur einmal runterladen das heißt ich klicke einmal drauf zack wird schon runtergeladen und dann kann ich hier auf mein download ordner gehen ich mache es jetzt hier mache hier ein doppelklick auf den ordner dann entzippen wir das ganze und dann kriegen wir das jetzt hier angezeigt so und jetzt ist es unterschiedlich zwischen windows und apple usern wenn ihr jetzt windows user seit ist das ganze jetzt sehr schnell erledigt ihr sucht euch jetzt euer farbprofil hier raus wo haben wir es iso coded v2 eci hier haben wir es also nicht hier irgendwie das falsches auswählen das muss genau dann so darstehen wie ihr es hier braucht also vielleicht braucht er nicht genau das vielleicht braucht ihr gerade ein anderes dann müsst ihr euch euer entsprechendes raussuchen ich brauche dieses hier hätte ich jetzt ein windows computer bräuchte ich jetzt nur auf diesem farbprofil ein doppelklick machen und dann wird das automatisch installiert fertig wenn ihr dann in photoshop geht findet ihr das das ist dann das gleich der letzte schritt den zeige ich euch gleich aber ihr würdet jetzt mit dem installieren schon fertig sein ja und dann braucht ihr das gleich wie gesagt nur in photoshop raussuchen ich als apple user und alle anderen als apple user müssen jetzt folgendermaßen vorgehen wir schieben mal den download ordner zur seite und ich gehe mal mit rechts klick auf meinen finder und sage jetzt hier neues fenster damit ich jetzt noch ein weiteres fenster hier liegen habe dann gehe ich auf mein mac studio auf meine macintosh hd auf library dann auf color sync doppelklick und dann auf profile doppelklick und dann auf diesen ordner recommended so dann doppelklick drauf und jetzt sind wir hier im bereich unserer profile wir sehen schon hier steht icc da steht hier hinten auch immer dran das heißt da muss jetzt dieses farbprofil rein also schnappe ich mir das jetzt ziehe mir das hier rein muss jetzt noch mein kennwort eingeben von meinem pc und dann war es das schon beim haben was jetzt hier drin ich kann das ganze schließen könnte das jetzt auch alles löschen und ich habe mein farbprofil iso code v2 jetzt hier in meinem ordner reingeschoben jetzt öffnen wir das bild noch mal in photoshop und dann können wir das jetzt um ändern und zwar wieder über bearbeiten dann über im profil umwandeln hier steht noch ein sgb jetzt klappe ich hier unten mein zielfarbrahmen auf und dann sollten wir jetzt das farbprofil hier finden da ist es iso code v2 angeklickt schon habe ich hier drin ich klicke auf ok und schon ist das farbprofil verändert worden ja wir gehen jetzt mal her und ich schließe das bild jetzt hier datei speichern und dann gehe ich in die bridge zurück und wir schauen mal was jetzt hier steht und schon haben wir das geändert in iso code v2 ec ja genauso wie ich die bilder hier habe habe ich das jetzt hier auch entsprechend in dieses farbprofil geändert und schon können wir das dem kunden so weiterleiten oder eben einer druckfirma ja die sagen nein ich brauche ein ganz bestimmtes farbprofil und dann wisst ihr jetzt in zukunft wie euch das in photoshop reinladen könnt ja ich hoffe euch hat dieser film weitergeholfen und ihr könnt das für euch mal verwenden ist durchaus mal denkbar dass man mal in die situation kommt dass sie ein bestimmtes farbprofil braucht was ihr in den photoshop vorgegebenen farbprofilen nicht findet okay in dem sinne es war tatsächlich mein quicktipp und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten film wieder bis dann erfahre auf diesem kanal noch mehr über die grundlagen und geheimnisse der fotografie und die anschließende bildbearbeitung in adobe photoshop und vieles mehr abonniere diesen kanal um keinen film mehr zu verpassen ich freue mich auf euch